Moin! Moin! Hast du das schon gelesen? Jetzt spinnen die total da oben. Und? Was sagst du? Wenn einer von denen hier nur ein Kabel verlegt, dann wäre hier zappenduster. Das sag ich euch. Über sieben Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen. Der Thementag Alphabetisierung am 30. April hier im NDR.